So, oh, wie rennt der denn? Was ist bei dem denn falsch? Voll der NAB, Idiot. Oh, 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 da kommt der ja nochmal, der spawnt ja gleich in der Mitte wieder, hier. Kriegt jetzt Raketen-Schlüsse von mir ab. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Star Wars Jedi Knight Jedi Academy Ja Ich bring das mal wieder und zusammen mit dem Mario spielen wir mal eine Runde Capture the Flag Einfach weil ich im Moment irgendwie wieder total Lust auf das Spiel habe, warum denn nicht? Ja, nehme ich jetzt einfach nochmal eine Multiplayer-Folge auf Um das einfach mal, ja Vielleicht kommt das jetzt auch nochmal öfter, weiß ich ja nicht Wenn ihr das Spiel auch mal habt, dann schreibt es mir einfach mal und dann vielleicht kann man ja auch mal zu mehreren Leuten das spielen Und ja, wir zocken jetzt einfach mal Ich bin ein roter Twi'leck, das ist auch lustig Gedanken machen Ja Große Gedanken Aber das erstmal zum Laufen bekommen, das ist, also ich weiß wie es geht, aber das ist halt mal so eine Sache Das ist erstmal richtig alles, ne, zu verwalten, das ist nicht so einfach So Ich, äh, hol mir mal die Flagge von euch Jo, mach mal Hilfe Was hab ich denn für Waffen? Aha Oh nein Macht auf jeden Fall Spaß Ja, das ist ein 300er Ping Ja, wir verstehen selber nicht, warum das jetzt mit den Pings, warum das jetzt so So Oh, wie rennt der denn? Was ist bei dem denn falsch? Voller Napp Idiot Oh, 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 da kommt der ja nochmal, der spawnt ja gleich in der Mitte wieder hier Kriegst jetzt Raketen Schüsse von mir ab Schüssel die Dizzly Wie, wie der grad gerannt ist, wie so ein Honk Der voll seine Hüfte bewegt Du bist ja einmal das Minuspunkt, weil du bist ja einmal gestorben Ja, ich bin aus dem runtergefallen Oh nein, hör auf, geh weg mit deiner scheiß Waffe Blöder, die Son, blöder, die Son, blöder, die Son Noch hat niemand einen Punkt, ne? Ähm, ne Noch ist unentschieden Halt Ja genau, geht auch zu zweit auf mich los Haha, wo bist du denn? Ach da Ach da Ja, ich leck'n bisschen Tot Ja, geil 410er Loll Bist du da? Waa Ja genau, 2, 3 Ja, genau Idi Loll Natürlich, du leckst richtig Halt mal die Flagge, meine lieben Freunde Oh, 400er Ping Oh, du sponst immer wieder da, wo ich hinren will Ich ignoriere dich jetzt einfach mal Tschüss Ja, okay, tschüss Ich ignoriere dich auch mal, dann lecken wir uns nicht gegenseitig ab Ich hatte vorhin einen relativ guten Ping, so Bei dir Hm, leck Ja, ist schon doof Oh, ich muss jetzt ganz schnell zu uns rennen, dann geh ich die Flagge mal ab Achso, nee, das ist mein Team, ups Oh, jetzt werd ich um... Oh Gott, ja, wenn du die Flagge hast, ne? Die laufen dir alle wie die Schmocks hinterher Oh, komm schon, Bombe, Bombe Blitz, 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 blitz La, 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 la Alle ficken Guten Tag Alle drei gegen einen Boah Ich muss die Flagge abgeben Und ich weiß nicht, bei wem ich im Team bin Ich muss kurz gucken, ah, ich bin bei Rot Nein, 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 nein Ja, wer gibt grad die Flagge ab, hä, hä, hä Ich hab, wir haben gleich einen Punkt Ich hab auch extra vor euch 15 Minuten eingestellt, Leute Damit das Video nicht zu lange wird Weil erst mal 10 Punkte zu bekommen Oh, jetzt hab ich wieder einen 105er-Bring Das dauert immer so ein bisschen Ja, jetzt läuft's wieder Ich versteh's selber nicht, also Mal hoch, mal unten, ach, keine Ahnung Naja, mal gucken Da hast'n Jedi Für Punkte hab ich denn schon, Kills? Was sind die Kills? Äh, die siehst du bald Leck Yeah, jetzt fängt er wieder an hoch zu gehen Oh, da spielst du liegen, ja, Leute Gönnt euch das einfach mal, wenn ihr's noch nicht habt Das macht so Bock Damit sei ihr sein Lichtschwert Oh, hier, die blitzen hier Hier wird geblitzt Das wird teuer Der D-Sun, der geht mir mal auf den Sack mit seinem scheiß Blitz Oh, hier, da schwingst du deine Deine Hüfte Ja, Hüften-Schwung, Hüften-Schwung Wartet auf meine Freunde Bist du oben gestorben? Nee Irgendwer hat da gerade gestöhnt und geschrien Oh, wer ist da oben? Die Sand? Ja, die Sand Scheiße, ich bin so weit weg Das macht auf jeden Fall Bock Also, die Wechsel Naja, wenn man die wegdenkt, dann Ja, ist schon ganz Ist schon ganz cool Aber ich weiß selber nie, warum Das jetzt So leckt Und hat's gut funktioniert Ich weiß ja nicht, wie's gut bei dir war mit Lecks Ja, auch Irgendwie, ich hatte auch manchmal 200 So, dann hat ich mal drunter Oh, der D-Sun, ey Nee, das war jetzt nicht D-Sun Aber irgendwann blitzt mich immer Die sollen mich doch nicht immer hier blitzen Die sind nicht auf der Autobahn Oh, nee, das bist du Ich greife jedes Mal meine eigenen Leute an Das ist nochmal D-Sun Oh, der ist schon wieder Das ist das einzige Problem hier, der Typ hier Wo ist er denn jetzt, ne? Ich brauche ein paar Leben Oh, ich habe noch zwei AP Wo bist du? Oh, hier Okay, du hast Punkte 117 Alter, läuft, ey Ich greife jedes Mal die roten an Obwohl ich rot bin Du bist ein verwirrtes Wesen Oh ja, das stimmt wirklich Manchmal gehe ich Nee, 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 geh weg Ich weiß aber nicht, wie das ist Ich stelle dir mal vor, wir finden noch so zwei Leute Oder so, die mir auch mal mitspielen wollen Oh, das gibt Gemetzel Das wird auch mega Spaß machen So ein echter Spiel ist immer besser als gegen NPCs Weil die dann noch dementsprechend anders agieren und so Aber finde ich, finde die Leute erstmal Und dann, dass die alle einen vernünftigen Ping haben Das ist dann nochmal die Sache dazu So, bis jetzt habe ich den einzigen Punkt Reingebracht, der bis jetzt auch Nein, ich will nicht schreiben Nein, da ist der Doppelklinktyp Nee, nee Geh weg da von Wall Oh nein Und jetzt bist du gar nicht Ich denke, du bist es aber dabei Ist es einer von meiner Ja, ja Schon wieder Reborn hier Oh, immer dieser Reborn Er leckt mich Die mit ihren Blitzen Also das ist das Einzige, wo ich manchmal sage Die Machtkräfte sind kacke Aber die gehören ja auch dazu Die kann man ja nicht mal ausstellen Auch wenn die meisten immer auch ohne spielen Weil man ja eher mehr Skill setzen will Auf Techniken, so Hätte der Imperator einen dritten Teil seinem Blitzen nicht gehabt Dann wäre Anakin ja nicht zur dunklen Seite gekommen Dann war alles Friede, Freude, Eierkuchen Ja, dann würde es dir auch keine Blitze geben Das Erkern kann ich schon lange Was greifst du mich an? Achso, du bist ein Gegner Hui Lol, die Flagge glitscht Unterm Fahrstuhl Jemand hat hier eingesammelt Nein Yes Komm schon Bombe, Bombe, Bombe Wie du Wie du gerade bei mir geschwoben Äh, geschwoben Ja, jetzt ist das Licht schon zöcken Das könnt ihr Jedi Ja, das können wir Ich muss ganz schnell, ganz schnell Abgeben Komm, schau Oh, ja Ja, ich bin hochgefahren Nein Nein, nein, ich bin auch auf Funken Shit Oh, wo kommst du denn her? Oh, wo du hochgegangen bist, hat dich gerade schon mal in den Ping in Ruhe gelassen Oh, kurz Ich hab dich eigentlich noch anschließen können Boah, die Sun Er geht mir schon wieder auf den Sack, mir ist ein blöder Blitze, aber ich hab ihn erledigt Ja, der ist gerade vor mir gespawnt Ist doch gar nicht so teuer auf Steam Also wenn er Oh, ja, wer ist denn da schon wieder, ja? 9 Euro, glaub ich, kostet das Ja, im Moment ist es ja noch günstiger Ne, das, wie du jetzt siehst Ah, ich weiß nicht, geht nur bis siebten, ne? Aber es kostet wieder mehr Nee, nee, das ist wieder teurer Ja, das Angebot öfter nicht mehr Nee Ich hab heute nochmal geguckt Boah Ja, von den Shit Yes Oh, den Leck sei Dank, muss ich jetzt mal sagen Also seht so Lecks sind nicht immer schlecht Nutzt die zu eurem Vorteil Boah, das ist jetzt 500 Leck mich einfach am Arsch Boah Juuu Geil, wie viel Ich hab 5 Nee, ich hab 0 Punkte Ich bin richtig gut Boah Boah, der Schlag von ihm war grad Ganz, ganz, ganz Ganz gut Bleib hier Nee, 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 nee Du Blauer Geh weg Juhu Geh weg, du Schalker Oh, jetzt hab ich mir bestimmt Ein paar Feinde gemacht Ja, ich mag Fußball eh nicht Oh, ich hab mir jetzt nochmal Feinde gemacht Na gut, wenn ich jetzt sage, was für ein Fußballfeinde ich noch bin, dann will ich mir gleich noch ganz große Feinde machen Aber mir ist, ich weiß gar nicht, was immer alle so ein Wirbel um Fußball machen Da ist einer gestorben Hey, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Nur hier oder was? Okay Boah, ich brauche Sniper, dann kann ich mich wenigstens verstecken Da unten bist du Ich meine, da unten ist ein Jedi Aua Nein Oh, jetzt will ja Mich will einer hier aufhalten, aber nicht mit mir Äh, nicht dran ziehen, es ist unfair Oh, hier geht's ja schon wieder Oh, nein Die San hat unsere Flagge, ich hab meine Oh, drei gegen mich Alter, Scheiße Nein Oh, dieser blöde Blitz Alter, was soll ich da machen? Niemand hilft mir, ich bin allein und der San hat die Flagge Und ich muss hier irgendwie Ah, aber ist das doof gewesen Aber immer wenn ich doppelt nicht schätze, denke ich mal, dass du wärst das Aber das ist immer einer von meinen Team Oh, jetzt habt ihr auch mal einen Punkt, okay Ja Den gönne ich euch mal Nein Ich bin vom Fahrstuhl getötet worden Das ist ja einmal eh der geilste, okay, wenn man zerquetscht wird Oh, da liegt eine Leiche auf dem Fahrstuhl Äh, auf einem Teil Jetzt löst du sich auf Und ich bin schon lange wieder respond Ja, Ping, so darfst du bleiben 100 100 darfst du bleiben So darfst du gerne bleiben Nicht höher gehen Alter, wie viele seid ihr denn da unten? Boah, und alle blitzen Alle blitzen sie Wow Ey, das ist einfach Das ist einfach unfair Es ist einfach scheiße, wenn alle hier den Blitz benutzen Weil es sich gegen viele Leute alle blitzen Das ist ja Das ist ja keine Chance Und, äh, die Nichtscherkämpfe sehen einfach nur so episch aus Ja, das ist echt geil Ah, der war gut, der Wurf Nein Da war ein Loch Ja, da war ein Loch Das sag ich ja, du Rennst du erstmal in den Abgrund Hast du wohl aufgegeben, wach? Hast du wohl gedacht Ja, der Simi, ich habe hier keine Chance Ich springe einfach mal in den Abgrund Das sah geil aus Ich dachte erst, da wäre ein Tunnel oder so Weißt du, das mache ich dann Also in der Bearbeitung mache ich das richtig dramatisch dann so So mit dramatischer, trauriger Musik, wie du dann runterfliegst Ja, Leute, gut 15 Minuten Hat Bock gemacht Ich fand's cool Ja, ich lasse mir jetzt das 105er ping Was ist jetzt los hier? Ja, jetzt Klasse, toll Wenn ihr mal mit dabei sein wollt Ich denke mal, in Zukunft werden öfter mal ein paar Battle kommen im Multiplayer Warum denn nicht? Und, äh Meldet euch einfach mal Mir jetzt Bock gemacht Und, äh War cool Ja, hat Spaß gemacht Ja, dann Würde ich mal sagen Out rein und bis zum nächsten Mal Tschüss, Leute